Possessivartikel Mit Possessivartikeln können wir ausdrücken, dass Personen und Sachen zusammengehören. Possessivartikel sind also nützliche kleine Helfer. Hier ein erstes Beispiel. Das ist ein Fußball. Wem gehört der Fußball? Das ist mein Fußball. Das ist mein Fußball. Mein ist hier also der Possessivartikel. In der deutschen Sprache hat jede Person ihren Possessivartikel. Schauen wir sie uns genauer an. Ich wird zu mein Ich wird zu mein Du wird zu dein Du wird zu dein Hallo Felix Hallo Simon Ist das dein Hund? Ist das dein Hund? Ja, das ist mein Hund. Ja, das ist mein Hund. Der ist aber süß. Wie heißt dein Hund? Wie heißt dein Hund? Mein Hund heißt Duffy Mein Hund heißt Duffy Sie wird zu ihr Er oder es wird zu sein Er oder es wird zu sein Sein Hund heißt Duffy Sein Hund heißt Duffy Sie wird zu ihr 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 Und wie heißt ihr Hund Und wie heißt ihr Hund? 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 Ihr Hund heisst Daisy. Ist das wirklich Ihr Hund? Ja, das ist ihrer. Und meiner macht wieder, was er will. Und der macht wieder, was er will. Wir wird zu unser. Wir wird zu unser. Ihr wird zu euer. Ihr wird zu euer. Hallo Simon! Hallo Felix! Darf ich dir meine neue Freundin vorstellen? Darf ich dir meine neue Freundin vorstellen? Ihr Name ist Anna. Ihr Name ist Anna. Ihr Name ist Anna. Hallo Anna! Schön, dich kennenzulernen! Schön, dich kennenzulernen! Hallo Simon! Es freut mich, dich kennenzulernen! Es freut mich, dich kennenzulernen! Ist das euer Hund? Ist das euer Hund? Ist das euer Hund? Ja, das ist unser Hund. Ja, das ist unser Hund. Ja, das ist unser Hund. Sein Name ist Falko. Sein Name ist Falko. Und was ist mit Duffy geschehen? Sag bloß, hast du ihn weggegeben? Nein, der muss hier irgendwo sein. Aber der Köter macht immer noch, was er will. Lust auf einen Kaffee Lust auf einen Kaffee Und jetzt noch einige Beispiele, die dir ebenfalls helfen können. Der Tisch Das ist mein Tisch Das ist sein Tisch Das ist sein Tisch Das ist ein sehr schöner Tisch Das ist ein sehr schöner Tisch Ist das wirklich dein Tisch? Ist das wirklich dein Tisch? Das ist der Tisch Ja, das ist meiner Das ist meiner Ja, das ist meiner Der Tisch gehörte meiner Mutter. Es war ihrer. Er war ein Geschenk von ihr. Sie hat ihn mir geschenkt, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Die Tische Das sind meine Tische. Das sind ihre Tische. Sind das wirklich deine Tische? Ja, das sind meine. Ja, das sind meine. Das waren die Tische meines Vaters. Das waren die Tische meines Vaters. Die Tische waren auch ein Geschenk. Das war sehr großzügig von ihm. Ach, weißt du, ich glaube, er hat noch welche in seinem Keller. Wir könnten etwas mehr Platz brauchen in unserem Keller. Du hast recht, Liebling. Dann hätten unsere Stühle auch noch Platz. Das Regal Das Regal Die Regale Die Regale Das ist sein Regal Das ist sein Regal Das ist ihr Regal Das sind unsere Regal Das sind unsere Regale Jetzt bin ich verwirrt. Das ist dein Regal Ist das jetzt dein Regal? Ist das jetzt dein Regal? Nein, das ist deins. Nein, das ist deins. Und dieses hier ist meins. Und dieses hier ist meins. Die Lampe Die Lampe Die Lampe Die Lampe Die Lampe Das ist ihre Lampe Und das ist seine Lampe Und das ist seine Lampe. Das sind unsere Lampen. Einen Moment mal. Ist das jetzt deine oder meine Lampe? Ist das wirklich dein Ernst? Das ist deine. Und das ist meine. Das ist wirklich nicht mein Tag. Da hast du wohl recht. Heute ist wirklich nicht sein Tag. Heute ist wirklich nicht sein Tag. Der Stuhl Der Stuhl Die Stühle Magst du meinen neuen Stuhl? Magst du meinen neuen Stuhl? Dieser Stuhl Oder war es der Stuhl meiner Schwester? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass es jetzt meiner ist. Das haben Sie wirklich toll gemacht. War das Video hilfreich für dich? Schreib es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.